Deeper Learning in der Praxis, wie sieht das konkret aus? Wir stellen uns jetzt eine neunte Klasse vor und die machen eben eine Deeper Learning Sequenz zum Thema Klimawandel. Die Lehrkräfte haben das vorbereitet, das Ganze, und jetzt steigen die Schülerinnen und Schüler in die Phase 1 ein. Und in dieser ersten Phase geht es darum, sich fachliche Schlüsselkonzepte anzueignen, also die wichtig sind im Kontext Klimawandel, Photosynthese, Dürre, verschiedene andere zentrale Konzepte aus der Biologie, aus der Geografie, vielleicht aus der Mathematik. Und dann geht es in die zweite Phase. Jetzt geht es ums praktische Handeln. In dieser zweiten Phase dürfen die Schülerinnen und Schüler in kleinen Teams arbeiten. Die Teams dürfen sich entscheiden für einen Lernpfad, den sie wählen wollen. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Eines der Teams entscheidet sich ganz praktisch, Windräder selbst zu bauen. Ein zweites Team entscheidet sich dafür, eine Kampagne zu den Tipping Points zu organisieren und warum wir jetzt wirklich handeln müssen in Bezug auf das Thema Klimawandel. Und eine dritte Gruppe analysiert das System der Mülltrennung und überlegt, welches Optimierungspotenzial da noch für besteht. Und nach dieser Phase 2 geht es dann in die dritte Phase. Jetzt geht es Richtung Ergebnisse, und zwar authentische Ergebnisse, authentische Leistungen. Die erste Gruppe baut tatsächlich die Windräder und zeigt die dann auch. Die zweite Gruppe präsentiert ihre Kampagne und die Kampagne kommt dann zum Einsatz. Die dritte Gruppe geht vielleicht zur Bürgermeisterin von dieser Gemeinde und stellt dort die Ergebnisse vor, wie man eben die Mülltrennung noch weiter optimieren kann. Ja, so eine Deeper Learning Sequenz, die dauert je nach Zeitbudget der Schule zwischen zwei und vier Wochen, kann auch mal länger dauern. Und ja, so läuft Deeper Learning ab. Und jetzt würde ich das im Detail nochmal genauer erklären. Mein Name ist Annes Lifka. Ich bin Professorin für Bildungswissenschaft an der Universität Heidelberg. Ich forsche zu Schulentwicklung in internationaler Perspektive und konnte mir in den letzten Jahren Schulen anschauen in verschiedenen Ländern, die sich quasi neu erfinden auf dem Weg in die postindustrielle Gesellschaft, also Schule für das 21. Jahrhundert. Und in dem Zusammenhang habe ich dann mit Kolleginnen die Deeper Learning Initiative gegründet. Wir haben auch dieses Buch veröffentlicht zum Deeper Learning und sehen Deeper Learning als einen spannenden Weg, Schule im Kontext des 21. Jahrhunderts neu zu denken. Mein Opa, der war Volksschullehrer an der Mosel und der hatte dieses Wissensmonopol. Also er hatte die Bücher gelesen und die Kinder, die er unterrichtet hat, die hatten fast gar keine Bücher zu Hause. Und das Wissen, dass er sich angeeignet hat, das hat er an die Kinder weitergegeben. Und dieses Wissensmonopol der Lehrkraft, das existiert so heute nicht mehr. Die Lehrerinnen und Lehrer sind natürlich Expertinnen und Experten für ihre Fächer. Aber das Wissen steht erstmal frei zur Verfügung und ist auch sehr leicht zugänglich. Und in der Wirtschaft hat das längst dazu geführt, dass sich Arbeitsprozesse ganz stark verändern. Agiles Arbeiten, dieses New Work, sagt man auch, wo man flexibel auf Wissen zugreift und es in Problemlösungsprozessen oder auch in kreativen Arbeitsprozessen zur Anwendung bringt, das ist dort längst Realität. In der Schule ist das noch nicht so. Die 21st Century Skills sind zwar als Begriff da, aber in der Wirklichkeit ist Schule noch nicht davon geprägt. Und genau so ist die Deeper Learning Initiative entstanden. Es geht jetzt darum zu sagen, die Wissensaneignung steht nicht im Widerspruch zu projektorientiertem und agilem Arbeiten. Das muss sozusagen aufeinander bezogen werden. Und genau so ist unser Phasenmodell entstanden, das ich jetzt im Folgenden erläutern werde. Das Phasenmodell besteht aus drei Phasen, die ich jetzt erkläre. Und zwar für jede Phase werde ich darauf eingehen, wie sind die Lehr-Lern-Prozesse gestaltet, die in der Phase ablaufen, welche Lernziele verfolgt die Phase und wie verändert sich die Rolle der Lehrkräfte in den verschiedenen Phasen des Deeper Learning, die man in der Tabelle hier sehen kann. Phase 1 ist die Phase der Instruktion und Wissensaneignung. Es geht hier darum, dass die Schülerinnen und Schüler sich substanzielles, auch fachliches Wissen aneignen, das sie benötigen, um damit kreativ zu sein und Probleme zu lösen. Denn ohne Vorwissen ist Kreativität und Problemlösen schlicht nicht möglich. Und in dieser Phase bereiten die Lehrkräfte deswegen eben kurze Vorträge vor. Also man kann auch sagen, vielleicht nochmal sowas wie der klassische Lehrervortrag. Aber es werden auch über die digitale Plattform Bildungs- und Wissensmedien, zum Beispiel Erklärvideos, zur Verfügung gestellt. Die können dann auch nach Schwierigkeitsgrad gestuft sein. Und mithilfe dieser ganzen Instruktionsangebote können die Schülerinnen und Schüler sich das entsprechende Wissen aneignen. Es geht hier um den Erwerb von fachlichen Schlüsselkonzepten, also auch um das Verstehen dessen, was man wissen muss, um damit anschließend arbeiten zu können. Die Rolle der Lehrkräfte in Phase 1 besteht in der Aufbereitung von Wissen, so dass Schülerinnen und Schüler sich kognitive Strukturen aneignen können, die sie dann benötigen, um in Phase 2 damit kokonstruktiv und kokreativ zu arbeiten. Und am Übergang von Phase 1 zu Phase 2 sollten dann kreative Assessments durchgeführt werden, zum Beispiel ein Multiple-Choice-Quiz, mit dessen Hilfe die Schülerinnen und Schüler zeigen können, dass sie sich ein stabiles Wissensfundament angeeignet haben, bevor sie dann in die nächste Phase übergehen. Phase 2 ist die Phase der Kokonstruktion und Kokreation. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten jetzt in kleinen Teams zusammen an Aufgaben, projektorientierten Aufgaben, die sie in weiten Teilen auch durchaus mitgestalten können. Wir nennen das Voice und Choice. Das heißt, sie sollen ihre eigene Stimme im Lernprozess finden und sie sollen auch ihre eigene Identität über Wahlentscheidungen mitentwickeln können. Und in dieser Phase 2 geht es eben vor allem um die Entwicklung von praktischen Handlungskompetenzen im aktiven Tun, im projektorientierten Handeln. Wir sprechen da auch von Agency, also Handlungskompetenz. Die Lehrkräfterolle ist eine sehr vielfältige Rolle. Lernbegleitung ist fast zu passiv als Begriff, denn es handelt sich auch hier um eine sehr aktive Rolle der Lehrkräfte, die immer wieder aus der Beobachtersituation auch reingehen in die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern, die eben Coaching machen, die Unterstützungsangebote anbieten, da wo das erforderlich ist. Und ganz wichtig, die formatives, lernprozessbezogenes Feedback geben, das ja bekanntermaßen hohe Wirksamkeit hat im Lernprozess. Wir sprechen hier auch von einer dialogischen Leistungsentwicklung, also die Entwicklung von Leistungen im Dialog zwischen den Schülerinnen und Schülern und eben ihren Lehrkräften. Phase 3 ist die Phase der authentischen Leistungen. Die Schülerinnen und Schüler haben jetzt eben projektorientiert zusammengearbeitet und jetzt geht es in Richtung Zeigen und Erbringen einer Leistung. Was sind authentische Leistungen? Das sind Leistungen, die in der Lebenswelt, in der Wirklichkeit sichtbar werden, die in die Lebenswelt oder in die Wirklichkeit eingreifen. Und da können wir uns eine ganze Vielzahl von unterschiedlichen Leistungen vorstellen. Ein Lernprozess kann in einen Tanz zum Beispiel münden, den die Schülerinnen und Schüler selbst choreografieren. Es kann ein Podcast entstehen. Es kann ein eigenes Drehbuch geschrieben und verfilmt werden, ein Theaterstück aufgeführt werden, eine Ausstellung organisiert werden, eine festliche Mahlzeit durchgeführt werden. Also es gibt einfach sehr, sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten für authentische Leistungen. Und die Reflexion dieser Lernprozesse, die dahin geführt haben, die steht auch tatsächlich sehr stark im Fokus von Phase 3. Das bedeutet, die Lehrkräfte begleiten die Schülerinnen und Schüler einerseits bis zu der Fertigstellung der Produkte, der Präsentation der Arbeitsergebnisse, der authentischen Leistungen. Und andererseits unterstützen sie die Schülerinnen und Schüler in der Metareflexion, das heißt in dem rückblickenden Nachdenken darüber, was habe ich gelernt, was ist gut gelaufen, was war problematisch, wie werte ich den Lernprozess für mich persönlich aus und was nehme ich mit in zukünftige Lernprozesse. Wir haben Deeper Learning ja als Pädagogik des digitalen Zeitalters bezeichnet. Die Digitalisierung spielt aber vor allem im Hintergrund des Deeper Learning eine Rolle, denn durch Digitalisierung ist es möglich, Lehr-Lernprozesse anders einzubetten, nämlich in eine vorbereitete digitale Lernumgebung, die die Lehrkräfte schon im Vorfeld der ersten Phase gut vorbereiten können. Und dabei gibt es die Möglichkeit, Prozesse schon vorzustrukturieren. Es gibt den Schülerinnen und Schülern sehr viel Halt und Orientierung. Zum Zweiten können Wissensbestandteile anders aufbereitet werden, zum Beispiel darüber, dass man eben schon passende Erklärvideos oder andere Wissensmedien auf der Plattform so aufbereitet, dass Schülerinnen und Schüler darauf zugreifen können. Und da hat man die Möglichkeit, das auch zu personalisieren. Das bedeutet, dass die Wissensmedien zum Beispiel nach Schwierigkeitsgrad gestuft werden können, um unterschiedlichen Lernenden einen jeweils passenden Zugang zum Wissen zu ermöglichen. Und drittens ist es natürlich so, dass über die Digitalisierung neue und auch agilere Formen der Kommunikation möglich geworden sind. Wie starten mit Deeper Learning, fragt ihr euch jetzt vielleicht. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt alleine anfangen, wenn ihr sagt, ich habe jetzt gerade kein Team, ich möchte das einfach ausprobieren. Dann schaut euch die Bildungspläne an, überlegt, welche Themen aus den Fächern, die ihr unterrichtet, gut passen würden, um sie in eine Deeper Learning Sequenz umzusetzen. Und dann geht ihr so mit dem Designerblick daran und überlegt euch, was muss ich für die Phase 1 vorbereiten, welche Wissensbestandteile müssen aufbereitet werden auf der Plattform, wie kann der Übergang von Phase 1 zu Phase 2 aussehen, wie sehen Lernpfade in Phase 2 aus und in welche authentischen Leistungen kann das münden. Und die andere Möglichkeit ist, im Team zu arbeiten. Und das ist eben toll, weil es auch sehr viel Spaß macht, denn die Lehrkräfte arbeiten dann selbst ko-kreativ und ko-konstruktiv im Design und in der Umsetzung dieser Unterrichtseinheiten nach dem Deeper Learning Modell. Also die Lehrkräfte arbeiten quasi selbst mit den 21st Century Skills. Und das könnt ihr sowohl mit einem fachlichen Thema machen, aus einem Unterrichtsfach, ihr könnt euch aber auch ein interdisziplinäres Thema wählen, wie zum Beispiel eben Klimawandel oder die europäische Einigung und könnt dann aus der Perspektive verschiedener Fächer dann die Deeper Learning Einheit inhaltlich ausgestalten. Ja, und das ist eben eine sehr kreative Arbeit, die sehr viel Spaß macht und ja, wo auch die Synergien, die der Lehrkräfteberuf bietet, dann optimal genutzt werden. Wenn ihr jetzt noch zögert, ob ihr Deeper Learning mal ausprobieren sollt, dann kann ich euch mitgeben, legt die Latte nicht zu hoch, sucht euch mindestens eine andere Person und trefft euch einfach zum Kaffee und Tee und überlegt gemeinsam, wofür eignet sich Deeper Learning und dann steigt in diesen co-konstruktiven, co-kreativen Prozess ein und plant und probiert es einfach mal aus. Macht einen Testballon und entwickelt das sozusagen dann weiter. Also wertet das für euch aus. Und das Tolle an Deeper Learning ist, wenn man das eben auf einer digitalen Lernplattform abbildet, dann kann man es wiederverwenden und kann es immer weiterentwickeln und schauen, was hat funktioniert, was müssen wir ändern. Ja, und als Ermutigung kann ich euch noch mit auf den Weg geben, dass das Feedback, das wir von den Schülerinnen und Schülern bekommen, ist, warum haben wir nicht schon immer so gelernt? Wir sehen uns beim nächsten Mal.